Proklamation des Plejarischen Gremiums 1. Die Fluggeräte, die von den Erdenmenschen UFOs genannt werden, weisen keinerlei Bewandtenes mit uns Plejaren und unseren Fluggeräten auf. 2. Die Fluggeräte der Fremden sowie die Vorkommnisse irgendwelcher Art bezüglich diesen, die sich sowohl im Zusammenhang mit den Flugobjekten als auch mit den Fremden selbst ergaben oder weiterhin ergeben werden, belangen nicht zu uns Plejaren. 3. Wir Plejaren haben in keiner Weise in irgendwelche irdischen Geschehnisse eingegriffen und werden auch niemals eingreifen, was auch immer geschehen mag. 4. Wir Plejaren werden uns also nicht in irgendwelche irdischen Dinge, Geschehen und Vorkommnisse einmischen, die sich zukünftig ergeben werden. Dies auch nicht im einen oder anderen Zusammenhang bezüglich der Fremden und ihrer UFO-Fluggeräte. 9-10-2004-N Pete zu Hause. 5-155-Globe und Bedeutung. 6. Kreuzung. Vielen Dank.